na dann seid gegrüßt willkommen zurück zu einem neuen projekt zu war das a tale of two sons das ist das spiel was wir jetzt spielen klicken wir auf new game und wir schauen mal rein ja 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 ARD Text im Auftrag von Funk Wolehi Nahi, Wolehi, ina awi, Nahi. Nahi! Nahi! Ata! Ata Nahi! Ata! Ata Nahi! Ata Nahi! 1 Mode-butt.. buttons energetic. ولk Aha. Ah, das habe ich befürchtet. Jetzt ist es voll Bild. Es ist halt ein bisschen... Eventuell gibt es bestimmte Sachen, die ihr jetzt nicht seht. Ein bisschen Bildeinstellung, aber... Oh Gott, die Zerstörung. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Informationen. Aus dem Bild abgeschnitten. Oh, es sieht okay aus dem Stream. Ein bisschen oben und unten. Wir haben da nicht irgendwann ein Rätsel, wo wir unten links oder unten rechts was machen müssen. Dann wird es halt ein bisschen... Es ist... fast alles zu sehen. Da. Und unten? Nee- O... Ich schlafe in den Kaltasten. Ja, und nun? Ich muss ihn ja nicht zurück schieben. Ich muss ihn vielleicht unten ins Wasser schieben oder was? Ich dachte, wir sollen ihn zurückgebringen. Ich hoffe nicht, dass wir den wie lang kommen müssen. Ich habe den Haken von letztendlich geblieben. Und weiter geht es hier auch nicht. Aha. So wird es gemacht. Okay, dann ist nur hier hoch und einmal die Kunde angrehen. Ich glaube, einer greift gleich mal hier und der andere. Oder auch nicht. Kann er in dem Moment vielleicht hochhelfen? Was machen wir da denn jetzt? Ah, okay. Ich bin jetzt mit Steuerung. Aha, sehr schön. Ich muss ihm vielleicht mal das Seil runterlassen. Multiplayer wäre das super. Genau. Ich glaube, das ist ein Singleplayer-Spiel. Ich muss den Großen da mal... Ah, wir müssen beide. Ich muss den Großen. 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 und da kommen es dauert zu einem mega langen Let's keep washing him I'm going to taste it 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 L-Shift, N-Shift. Aha. Komische Steuerung. Okay. Geht's. ... ... ... ... ... ... ... ... Ich kann mich hier schlafen. Ich komme ja schon. Das ist weit auseinander, darf man nicht sein. Oh, jetzt gibt es eine. Der kleine Pistole auf jeden Fall durch. Der große auch. Oder nicht? Nee, auch nicht. Ich muss doch keiner hier den Hund rauswissen. Nee, der die Dorks out. Oh, der die Dorks out. Und wieder haben es getan. Haha. Mibu da Mibu. Haha. 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 Mibu da Mibu. Schönerニachs. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das nicht durchgelebt. Als würde ich das nass. Ach, es tut mir leid. Da können wir nicht strechen. Das ist ein guter. Können wir nicht lang. Können wir ihn hier wecken? Kannst du das Tor aufbauen? Hier. Noch mal die Brücke runter. Lass aufstehen. Hey, um. Hier die... Da ist doch ein Hebel. Und Steine machen werfen. Da ist doch ein Hebel. Da ist doch ein Hebel. Ich glaube, das ist doch ein Hebel. Hier. Hier. Ich glaube, die Kamera war her, oder nicht? Hey, neue Kamera. Tja, das heißt, wir müssen da einen Weg zu dort finden. Du bist ja dann wieder in den Investat. Tja, da? Ja, da müssen wir ihn dann wieder! Tja, da müssen wir es können. Ich glaube wir werden Schemel und dann ein bisschen abziehen Der Pint weiter Was bin ich hier? Wir müssen länger drücken. Das bringt ja doch nichts. Tja, was machen wir nun? Bixen, ich glaube sie sind nicht so ganz. Er kann es nicht machen. Er kann es machen. Ja, das können wir den nicht kriegen. Ok, wie kommt man da ran? Was zum schmeißen haben wir nicht. Ja. 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 Ach, vielleicht noch. Ja. 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 Vor allem, ich denke es. Ja. 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 Oh, vielleicht noch. Es ist ein Blut geworden. Ja. Ein Eimer neben ihm? Ah! Ich habe jetzt schon gemacht. Ich glaube, ich bin hier gar nicht drauf gekommen. Ich muss hier nicht mal den Eben hier. Ach, wir haben Passierschein bei uns oder was? Oh Gott, ich stelle wohl wieder. Okay, RSD. Okay, was haben wir gerade getan? Oh Gott. Diana? Ein bisschen ein Feig mehr zu tun. Diana? Da? Muss jetzt den Fuss werden, den Fuss werden? eine kockdose das war nichts das ist ein liebster für ein schiff Mal auf den kleinen Zaunklättern, auf den Clown-Zettern, so. Da kommt der andere hin, am feitagsten Stern ist so ungewohnt, und beides zusammen. Okay, da müssen wir wirklich runter. Und halbisch, genau. Okay, wikings nicht so gut hin. Wenn er es begrabt. Okay, wikings nicht so gut hin. Und dann hier Richtung Wald. Und ein Schwein. Ein Schweinehund. Und dann ein Schwein. Oh no! Der erste Tod. Dann werden wir ihn denn los. Irgendwie ablenken. Na komm hoch hier. Okay, so nicht. Also hoch hier. Dann gucken wir nicht auf den nächsten. So hoch nicht. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Ey pass! Ist doch einmal hier oben. Irgendwie müssen wir den hin und her noch hoch. Hey! Oh ja. Oh oh. So we don't mix. Move. Oh no. We're gonna die again. Hey. Nein, oh. Stephen. Ya! Ich bin der Umden. Jetzt sind wir durch hier. Sehr schön. Wir haben das überstanden. Der eine geht im Wasserfall runter, der andere auf. So, hier. Eins nach dem nächsten. Das ist manchmal ist hier die Störung noch ein bisschen... Ich weiß kein Remake davon. Aus irgendeinem Grund besitze ich das weiter. Das ist nicht das Remake ist. Das sind eventuell die Fehler, die hier nur noch drin sind. Das sind eventuell die Nachfolger nicht mehr drin. Also... Remake. Nachfolger direkt gibt es glaube ich nicht. Das ist der zweite Teil. Oh, das wieder. Oh no. Das ist der zweite Teil. Das ist der zweite Teil. Das ist der zweite Teil. Ja, da ist so bei oben. wenn ich wieder runter jetzt ein käfig Ich muss den Vogel freilassen. Ok, wir kommen hier gemeinsam rüber. Ein Schaf. Machen wir so. Sieht nach einer Idee aus. Ein Schaf. Ein Schaf. Ein Schaf. Ein Schaf. Ah, super. Ich hätte mir das Ding festgegeben, dass wir da noch sollen, bevor der Schaf müde wird. Ein Schaf. Ein Schaf. Ja komm, kleiner Bruder. Einmal um die Ecke. an der rittmühle schon vorbei da unten ist der hund und jemand scheint hier zu weinen und sie nach einem wein der beinahmen und eine riese ich traurig sein ist dann gewusst wer da was hat ihr denn böses getan ein ein Ich werde dir jetzt böse getan. Was können wir da irgendwie machen, dass du hier rein musst? Da haben wir zwei Betten. Ist das mit Rauwiese passiert oder was ist logisch? Okay, da geht es wohl nicht lang. Okay, hier machen wir. Ah, okay. Da wird geworfen. Das ist ein freundliche Riese. 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 Das war's für heute. Wo ist das Dürf mal jetzt so nicht? Ach hier. Wann ist der Wiese mit Ruhe gekommen? Das ist ein freundlicher Begleiter. Der Wiese würde ich jetzt nicht sagen, dafür ist er noch ziemlich klein. Vielleicht ist er ein Troll. Ich glaube Troll trifft es besser. Ein freundlicher Troll. Ich glaube das ist nicht hoch. Ich glaube das ist nicht hoch. Ich habe hier eine kleine Ecke, wo ist es? Oh, ich habe hier eine kleine Ecke. Ich habe hier eine kleine Ecke. Ich habe hier eine kleine Ecke. Ich glaube das funktioniert, dass die mir erstmal ins Erdbeeren haben, bisher ja immer. Das ist so ein Rücken des Dröts. Oh, shit. Oh, man. Dann nochmal. Die sind miteinander zuerst. Oh, shit. Moment, hier. Mal was, was gebraucht ist. Ach, verdammt, die Fritsch hat ihn losgelassen. Er hätte, ja, gleichzeitig ist es nur so ein Bescheid. So, es rutscht der Maul. Oh, nicht loslassen. Beide nicht. Sehr schön. Da kommen wir noch nicht rum. Oh, nicht los. jetzt kommt nur zwei muss halt zum springen muss man mehr testen loslassen und zum loslassen ist man das auch muss ein bisschen ja ja hier gutes beispiel die störung sind nicht optimal war ja das auto nicht müsste ich gerade noch so aushalten zum glück gibt es hier sehr viele mensch davon ist die heiltenpaste bist du noch mal ein ja nein so nicht so nicht so er auch sprung ins kalte nass so 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 Schafft er das? Nein, er schafft es nicht. Schande, wie kann ich schulen? Dann dürfen wir hier nochmal springen. Schande, schande, schande. Leute, fest Wir lernen bald schon Ich glaube, es bleibt zurück Die Fähne passt da durch Dann ja Wir sind bald hier nur gewartet Die Halle vom Bergekönig In der Halle 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 Die Halle Musik hier oben ein Stück große Maschinen Musik hier oben ein Stück 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 Musik hier oben Map Chicken Musik Da kommt es. Nein, die Fressen. Ich komme auf die Pets. Ich komme auf die Pots. Ich habe noch keine Ahnung, wo das hin muss, aber jetzt bringe ich es mal hier damit. So bewegt sich was. Jetzt wird es da gebraucht. Ah ja, um die Maschine anzuhalten. Ich komme fast da. 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 Sehr schön. So lange es noch geht. Hier geht's gelöst, weiter geht's. Da kommt das nächste Rätsel. Fantastisch. Dann halt auf die Seite. Wieso, das kann man... Auf die Pläne. Auf die Pläne. Und runter. Na komm schnell, bevor sich das anderes überlebt. Jetzt müssen wir hier rein geraten. Wieder so ein Ding. Und was haben wir noch? Ach ja, hier muss... Einmal hoch hier. Nein, so nichts. Ah, ok, verstehe. Nein. Ah, halt dich. Halt dich fest da oben. Nicht loslassen. Das könnte tragisch werden. Jetzt kannst du... Das war eine Spreise. Ah, da kommt unser Freund hier. Toll. Fischteilchen. Fischteilchen. Nein. Hey, naiv! Okay, wir gehen zum gemeinsamen Weg. Wir gehen hier oben dann. Ganz genau. Da läuft doch bestimmt wieder unten an dem Typel. macht Terminarbeiten oder was ist da? was ist da los? ach hier muss man wieder wenn es sich versteht, dass es nicht so gut sein Ein nach dem anderen würde ich sagen und beide Tassen jetzt nicht loslassen. Da müssen mehrere Tröte dort arbeiten. Und kubbeln. Oh, hier geht es jetzt weiter noch irgendwie. Oh. Da wird gepresst. Was? 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 Was ist da? Was? Was? Ich hallo, wenn es jetzt mich in derıntlichen leftist ist. warum in angst wäre hier fällt schon platz doch höhle angst Platz Ist doch nicht gut Das ist okay, hinter mir Oh 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 nein Keine Scheiße machen So, aber hoch hier auch. Nicht fallen. Dann müssen wir uns beide festlegen. Ja, ja, schon unterwegs. Ich kriege langsam krampfen in den Händen. Mhm. Warte mal, dass man den einen sicher bringt. So, jetzt der andere. Warte mal. Ja, komm. Und rüber hier. Nächste sind alles gemeistert. Ja. 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 Und da gibt es auch andere Spiele. Und dann checkt man es deutlich. Wie machen wir das jetzt? Gut, loslassen wäre eine scheiß Idee. Und das ist auch grundsätzlich. Wenn ich störe und das langsam nach. Was mache ich hier? Vielleicht hast du mal in Ruhe lassen. Ach, zweit gesprungen. Wenn ich es mit einem raus habe, komme ich damit dem nächsten nach. Puh, praktisch ja das. Wie soll der andere jetzt darüber kommen? Uff. Oh. Oh oh! Nur fest da hinten. Oh oh! Was da auf? Oh, ein Troll im Käfig. Ach, das ist Frau-Troll. Deswegen hat er geweint. Ich habe es schon an zwei Betten gesehen. Mit Frau-Troll muss noch etwas passiert sein. Hey, Neuer! Hey, Neuer! Dann hat er uns Neuer. Da muss ich eindeutig meine Kleine heranschleichen. Da muss ich noch ein paar Mal sehen. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Mal sehen kann. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Mal sehen kann. vorsichtig ohnehin die schlüsse die schlüsse so gut gelassen ich nehme bevor es der rechte trübe merkt der rechte trübe es muss wahrscheinlich gleich schnell gehen wir ziehen es mit wir müssen weiter um die selbst drauf kommen wir sind doch nicht alle hingestellt ach du scheiße was kommt übernehmen wir nicht das war ein kiewig locken eine kleine muslimin hilfig ich habe so eine idee deswegen steht der kurs jetzt auch hier oben ich hätte es besser abplanen so wir können hier durch die gitter durch na komm hier rein hier bin ich vielleicht müssen wir das fressen ey da war ich nicht schnell mit das ist der richtige das ist der richtige das ist der richtige dann ich bin da ich bin Ich werde die Gäste hören. 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 Ach so, da muss man unten. Ich muss gleich zu Fuß den Weg laufen. Für einen nach dem anderen. Hier. und dann hier. Das ist auch eine Lütsa-Dock-Ginne. Wir können was hier drin. Wir sind da im Übrigen, müssen wir das dann mal wieder zurück. Ich werde selbst noch rüberkommen. So näher nicht. Ich werde das nicht mehr zurückgehen. Ich werde das nicht mehr zurückgehen. Ich werde das nicht mehr zurückgehen. Oh, sehr schön. Familienzusammenführung. Ach du Schande. Nein! Nein! Ah, verstehe. Ich habe mich nicht verletzt, dass ich mich nicht verletzt habe. Okay. Ja. Jetzt muss ich ihn noch einmal hinlocken. Jetzt! Das geht endlich. Ach verdammt! Natürlich noch einmal von vorne. Bei der Steuerung ist es gut. Jetzt hier bleibt am Hebel. Sehr schön. Jetzt müssen wir beide noch einmal runter. Wo er hoch zusammen kann. Fantastisch! Es ist nicht so schlimm. Ich bin so schlimm. Oh Gott! Oh, das ist ja schön. Haben wir dir denn hierhin geholfen? Die Wiesentröne. Die Wiesentröne. Die Wiesentröne. Die Wiesentröne. Die Wiesentröne. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Um hier mal zu spechern. Ich hoffe es hat gespeichert. Schauen wir mal. Ja genau, machen wir beim nächsten Mal weiter. Na gut. Das war noch ein guter Anfang heute. Und dann war das... The Tale of Two Sons... War blöd, dass wir uns jetzt in Codia festgemacht haben. Aber ich muss sagen, bei Codia... Das Spiel fand ich eh nicht so ganz... Ja, da war ich auch nach dem ersten Stream schon eine Abbruchlaune. Oder... Es ist... Ja... Ich weiß es nicht. Na gut. Und... Ich würde sagen... Schicke euch noch in die Endcard. Dann wagen wir noch wohin. Und dann sehen wir uns am Freitag zu Paravirtual. Und am Samstag zu... Borderlands 3 mit Modi. Ab in die Endcard. Ab in die Endcard. Und ab in die Waits. Auf Danach. Tschüss!